. Der zeigt die neue Mode, hey, wie soll das gehen? Ohne Puppen, keine Kunden, das ist das Problem. Sie sind aus Plastik, 2 Metern. Sie sind aus Plastik, immer ein. Herr Schaufenster-Designer, da fällt uns etwas ein. Wir klettern da mal eben in die Fenster rein. Wir sind Schaufenster-Puppen, Stumm und starr und schön. Schaufenster-Puppen, die einfach nur so rumstehen. Schaufenster-Puppen, jeder schaut uns an. Schaufenster-Puppen, doch irgendwann gewöhnt man sich schon dran. Wir sind Schaufenster-Puppen. Wenn wir uns bewegen, hey, dann tun wir so. Als wären wir Roboter, was für eine Show. Wir sind aus Plastik, 300 Metern. Wir sind aus Plastik, überall. Die Kunden sind begeistert, was für ein Riesen-Gag. Sie rennen uns die Bude ein und kaufen wie verrückt. Schaufenster-Puppen, stumm und starr und schön. Schaufenster-Puppen, Schaufenster-Puppen. Schaufenster-Puppen, die einfach nur so rumstehen. Schaufenster-Puppen, Schaufenster-Puppen, jeder schaut uns an. Schaufenster-Puppen, Schaufenster-Puppen. Schaufenster-Puppen, doch irgendwann gewöhnt man sich schon dran. Wir sind Schaufenster-Puppen, stumm und starr und schön. Schaufenster-Puppen, Schaufenster-Puppen. Schaufenster-Puppen, die einfach nur so rumstehen. Schaufenster-Puppen, Schaufenster-Puppen. Schaufenster-Puppen, jeder schaut uns an. Schaufenster-Puppen, Schaufenster-Puppen. Schaufenster-Puppen, doch irgendwann gewöhnt man sich schon dran. Schaufenster-Puppen, Schaufenster-Puppen. Schaufenster-Puppen. Schaufenster-Puppen.